Ich glaube, ich habe über die Jahre, die ich beim BND arbeite, schon etwa 15 verschiedene Identitäten gehabt. Der Bundesnachrichtendienst, oder kurz BND, ist im Auftrag der Bundesregierung mit der zivilen und militärischen Auslandsaufklärung betraut. In der Zentrale in Berlin laufen dabei alle Stränge zusammen. Geheimdienste sind oft umwoben von Mythen und Legenden. Ich treffe mich heute mit einem Geheimagenten des BND. Ihr konntet mir vorher eure Fragen schicken. Um mit dem Agenten in der Zentrale des BND sprechen zu können, müssen mein Kameramann Steven und ich vorher durch diverse Sicherheitskontrollen. Wir werden von einer Gruppe aus Mitarbeitern der Sicherheit und der Öffentlichkeitsarbeit in den innersten Sicherheitsbereich der Zentrale begleitet. Weil es die Arbeit und das Leben des Geheimagenten gefährden würde, wenn man ihn erkennt, müssen wir ihn leider unkenntlich machen. Dafür bekommen wir aber sehr interessante Einblicke. Bevor ich aber dem Agenten eure Fragen stelle, spreche ich noch kurz mit der Pressesprecherin des BND. Hallo Frau Kalbitzer. Ja, hallo. Wir haben ja heute wieder ein Interview und erzählen Sie uns noch mal kurz, wo wir hier eigentlich sind. Ja, das ist hier das sogenannte Führungs- und Informationszentrum des Bundesnachrichtendienstes. Das heißt, hier werden die nachrichtendienstlichen Lagen vorbesprochen. Und mit wem darf ich gleich sprechen? Ja, jetzt haben Sie gleich die Gelegenheit, mit einem unserer Mitarbeiter zu sprechen, der sehr, sehr lange operativ gearbeitet hat. Das heißt, er hat lange im Ausland gearbeitet, hat selbst operativ gearbeitet, wie wir sagen, unter unterschiedlichen Legenden und den lernen Sie kennen. Ah, okay. Legenden sind quasi Geschichten, die man sich ausdenkt, damit man nicht entdeckt wird sozusagen? Also es darf natürlich nicht so ausgedacht sein, dass es jetzt reine Fantasie ist, aber eine Legende ist sozusagen ein neuer Lebenslauf. Also wenn ich irgendwo operativ im Ausland im Einsatz bin und etwas herausfinden möchte über einen Atomphysiker, da muss ich natürlich plausibel auch erklären können, wie mein eigener Lebenslauf ist. Und das muss alles passen und da sagen wir, das ist dann die richtige Legende dahinter. Wir dürfen den Kollegen aber heute nicht zeigen, jedenfalls nicht so, dass man ihn erkennt. Wahrscheinlich damit eben diese Legenden nicht für nicht sind, sozusagen. Genau, das ist relativ naheliegend, dass ein Kollege, der so arbeitet, natürlich in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden darf. Und wir sind hier zentral im Büro in Berlin? Genau, wir sind hier in unserer neuen Zentrale, wo wir ja erst seit einem guten Jahr ungefähr sind. Mitten im Zentrum von Berlin, ganz genau. Und wie ich gerade sagte, das Führungs- und Informationszentrum oder FITZ, wo unsere wichtigsten Besprechungen finden hier mit dem Präsidenten und den Vizepräsidenten. Und natürlich den Referenten findet hier statt. Gut, dann bin ich gespannt auf das Gespräch gleich. Vielen Dank. Wie sieht eigentlich der Werdegang einer Person in ihrem Beruf aus? Es gibt ganz verschiedene Werdegänge. Wir bilden selber bei uns im Haus aus. Man kann aber auch von der Uni kommen oder ein Quereinsteiger sein. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in diesen Beruf zu kommen. Gibt es da eine bestimmte Ausbildung? Also unsere eigene Ausbildung besteht zur Hälfte aus Theorie und zur Hälfte aus Praxis. In meinem Fall war das eine dreijährige, sehr praxisnahe Ausbildung beim BND. Wie ist die Berufsbezeichnung? Das heißt noch Diplom-Verwaltungswirt. Das klingt zu harmlos, aber es ist doch sehr viel dabei, was auch mit unserem Geschäft zu tun hat. Wie ist Ihre jetzige Berufsbezeichnung? Ich bin, etwas verkürzt gesagt, Beamter. Ich bin verbeamtet beim Bundesnachrichtendienst. Wenn ich jetzt auch noch sagen würde, wie meine genaue Berufsbezeichnung ist, dann würde man auch nachlesen können, was ich zum Beispiel verdiene. Das ist nämlich in den Beamtengesetzen genau geregelt. Daher würde ich jetzt erstmal nicht sagen wollen, was meine genaue Berufsbezeichnung ist. Gab es für Sie in Ihrer Ausbildung besondere Herausforderungen? Die Ausbildung ist sehr, sehr praxisnah. Wir müssen auch schon in der Ausbildung auf Leute zugehen, Leute ansprechen, zu Übungszwecken in eine Bar gehen und jemanden bequatschen, damit er uns erzählt, wie er heißt, wo er arbeitet und solche Sachen. Das gehört bei uns auch schon zur Ausbildung dazu. Sowas ist mir damals nicht schwergefallen und es hat mir eher Spaß gemacht. Ansonsten muss man sich während der Ausbildung auch mal mit juristischen Themen beschäftigen. Das ist dann schon eher eine Herausforderung gewesen. Gibt es bestimmte Ausschlusskriterien für Menschen, die beim BND und vor allen Dingen in ihrer Position arbeiten können? Zum Beispiel, weil sie selber schon mal kriminell geworden sind. Aber manchmal kann es ja auch gut sein, wenn es jemand ist, der ein Insider ist. Um beim Bundesnachrichtendienst arbeiten zu können, muss man erstmal deutscher Staatsangehöriger sein. Ohne das geht es gar nicht. Ansonsten sollte man strafrechtlich nicht aufgefallen sein. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Wie du angesprochen hast, suchen wir natürlich auch in der Tat Leute, die sich für bestimmte Themen und besonders fürs Ausland interessieren. Viele Fremdsprachen zu sprechen, ist da auch von Vorteil. Das macht Leute interessant. Und das ist schon mal grundsätzlich wichtig. Warum hast du diesen Beruf gewählt? Weil ich mich schon als Kind wahnsinnig für das Ausland interessiert habe. Das Internationale, reisen zu können, die Welt sehen. Das war etwas, das ich mir vorgestellt habe und was ich auch tatsächlich im Laufe meiner Jahre beim Bundesnachrichtendienst erreicht habe. Ich habe viel gesehen von der Welt. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Hast du so eine 40-Stunden-Woche? Also vom Grundsatz her haben wir in der Theorie schon eine 40-Stunden-Woche. Aber die Praxis sieht halt ganz anders aus. Da ist man auf Reisen, da ist man unterwegs, hat nicht den klassischen Bürojob. Den habe ich nun mal gar nicht. Bei mir hat die Arbeit auch schon mal abends um 21 Uhr angefangen, weil ich mich nachts mit irgendwelchen Quellen getroffen habe. Kannst du uns verraten, wie dein erster Auftrag ausgesehen hat? Gerade wenn man ja neu ist, kriegt man ja vielleicht noch nicht die super schweren Sachen. Also der allererste Auftrag nach der Ausbildung war noch etwas sehr Einfaches. Da sollte ich bei einem Gespräch, bei einem Treffen eines Kollegen, mich einfach nur im Restaurant unbemerkt an einen Nachbartisch setzen, ein bisschen beobachten und sicherstellen, dass da keine weiteren Personen dazukommen. Aber ich hatte keine aktive Rolle und ich war gar nicht in dieses Gespräch involviert. Wenn du auf Mission sozusagen gehst, wer ist dein Auftraggeber? Das ist immer mein direkter Vorgesetzter hier in der Zentrale. Mit dem besprechen wir alle Einsätze. Dort wird vorher genau definiert, unter welchen Rahmenbedingungen wir tätig sind. Auch die weitere Vorgehensweise wird mit ihm abgesprochen. Gab es schon mal Momente, wo du einen Auftrag bekommen hast und dann gezögert hast, vielleicht auch bei der Ausführung? Manchmal ist es so, dass man etwas in der Zentrale mit seinem Vorgesetzten bespricht und plant und sich das dann in der Praxis nicht genauso entwickelt, wie das die Planung war. Da kann es schon mal zu einer Situation kommen, in der man dann vor Ort im Gespräch mit einer Quelle sich einfach mal anders entscheiden muss. Sich an die Situation im Gespräch mit den Quellen anpassen zu können, gehört bei uns zum Berufsalltag. Gab es dann vielleicht schon mal auch Aufträge, wo du moralische Skrupel hattest, etwas auszuführen? Nein, das hatte ich nie. Ich habe da keine moralischen Probleme mit. Man kennt das vielleicht aus James-Bond-Filmen, dass es die sogenannte 007 oder die 00-Lizenz, die Lizenz zum Töten gibt. Gibt es sowas beim BND und hast du schon mal jemanden umgebracht, vielleicht auch, um dich zu schützen, dass du nicht auffliegst auf einer Mission? Ich habe noch nie jemanden umgebracht und das dürfen wir auch nicht. Der Vergleich mit James Bond funktioniert bei uns einfach nicht. Bei uns läuft das ganz anders. Es ist natürlich immer gut, dass es nicht zum Äußersten kommt, aber wie gut sind denn die Operateure und Agenten darauf trainiert, aus einer brenzligen Situation zu gelangen? Gerade wenn wir in Krisenstaaten oder Krisengebieten eingesetzt werden, werden wir wirklich super dafür beim BND ausgebildet. Da gehört viel dazu. Das Bewusstsein für gefährliche Situationen wird geschult und man wird trainiert, wie man sich dann verhalten soll. Dazu gehört eine besondere Art von erster Hilfe. Damit man sich auch mal in gefährlichen Situationen, wenn man verwundet wird, erst mal selbst oder auch die Kameraden versorgen kann. Dazu gehört auch mal ein Fahrsicherheitstraining. Und wenn es der Fall auch mal erfordert, Selbstverteidigung mit der Waffe. Aber alles immer auf die Selbstverteidigung ausgerichtet. Ist es schon mal vorgekommen, dass du fast entdeckt wurdest oder aufgeflogen bist? Und was wären Konsequenzen gewesen? Wenn man entdeckt wird, ist das eigentlich immer der eigene handwerkliche Fehler. Man wird trainiert, es aber nicht so weit kommen zu lassen. Die gefährlichste Situation, die ich mal erlebt habe, ist, dass ich beim Einchecken in ein Hotel mal fast mit der falschen Unterschrift unterschrieben habe. Aber das ist so das Gefährlichste, was mir so passiert ist. Wie viele unterschiedliche Identitäten hat man denn da so? Man hat nie sehr, sehr viele gleichzeitig. Aber ich glaube, ich habe über die Jahre, die ich beim BND arbeite, schon etwa 15 verschiedene Identitäten gehabt. Gibt es Situationen, wo man sich zu erkennen geben muss? Man muss, wenn man mit menschlichen Quellen arbeitet, sich darüber Gedanken machen, ob man mit der Quelle als BND-Mann arbeitet oder ob man eine Legende nutzt. Als ob man von irgendeinem anderen Unternehmen ist. Und eben nicht der BND. Es geht am Ende immer um den Schutz der Quelle. Und die Quelle muss auch mal leugnen können, dass sie mit dem BND zusammenarbeitet. Würdest du deinen Beruf als gefährlich bezeichnen? Vom Grundsatz her, nein. Da, wo ich mal in gefährlichen Situationen im Ausland war, habe ich mich immer gut geschützt gefühlt. Wir sind dort nie allein unterwegs, sondern immer im Team. Das hat mir viel Sicherheit gegeben. Wie leicht kommt man an eine Person ran? Es ist nicht einfach. Es muss gut vorbereitet sein. Wir müssen da auch ein paar Fremdsprachen sprechen können, um auf Augenhöhe mit den Quellen in Kontakt treten zu können. Es ist überhaupt nicht einfach. In manchen Fällen ist es eine Kombination aus guter Vorbereitung und Glück. Darf ich fragen, wie viele Sprachen du sprichst? Es kommt ein bisschen darauf an, ob aktiv oder passiv. Aber auf fünf Sprachen spreche ich schon. Gibt es so etwas wie eine Agentengeheimsprache, damit man sich unter den BND-Mitarbeitern während eines Einsatzes unterhalten kann? Oder weil die jegliche Kommunikation ja irgendwie auch wiederum abgehört werden kann und so weiter? Wenn wir im Ausland unterwegs sind, versuchen wir möglichst wenig über elektronische Medien zu kommunizieren, sondern uns tatsächlich mal zu treffen und zu unterhalten. Das kann schlechter abgehört werden. Besonders, wenn es in einem öffentlichen Raum ist, wo ohnehin schon ganz viele Nebengeräusche sind. Ansonsten versuchen wir alles zu vermeiden, was irgendwie zu Missverständnissen führen könnte. Irgendwelche geheimen Zeichen oder Gesten können auch schnell mal missverständlich sein. Es muss eindeutig sein. Am Ende ist es auch eine Erfahrungssache, wenn man länger mit einem Kollegen unterwegs ist. Man kennt sich dann. Arbeitet der BND in anderen Regionen auch mit privaten Unternehmen zusammen, zur Hilfenahme quasi? Oder wird das alles im Haus geregelt sozusagen? Ich würde sagen, wir machen sehr, sehr, sehr viel im Haus. Es gibt keine Notwendigkeit, da irgendwelche Privatunternehmen einzuschalten. Wir haben sicherlich mal in dem einen oder anderen technischen Bereich mal ein Unternehmen, das uns unterstützt, aber nur in diesem ganz spezifischen technischen Zusammenhang. Was hältst du von Spionagefilmen und den Klischees in den Medien? Also ich schaue sie auch sehr gerne. Wir sind meistens eher weit entfernt von dem, wie unsere Realität hier aussieht. So ein James Bond sind wir nun mal nicht. Und wir arbeiten auch nicht mit Leuten, die mit dieser Vorstellung zu uns kommen. Das sind nicht die Typen, die wir wollen. Wir suchen eher jemanden, der mit Bedacht und Ruhe an einer Informationsbeschaffung mitwirkt. Kennst du irgendwelche Filme oder Serien, die der Realität noch am nächsten kommen? Hm, es ist schwierig. Ich habe jetzt mal mit einer französischen Serie angefangen. Das Büro der Legenden. Das ist eine Serie, die sich um den französischen Auslandsnachrichtendienst dreht. Das ist nicht schlecht. Ich habe sie noch nicht durch. Ich kann also nur einen kleinen Ausschnitt beurteilen. Ich würde sagen, da haben sie sich mal ein bisschen Gedanken gemacht. Hast du irgendwie ein Lieblingsspionagetool oder eine Lieblingswaffe, war die Frage? Lieblingswaffen kennen wir nicht. Gibt es bei uns nicht. Habe ich ein Tool? Ich glaube, das Tool, das wir im Alltag immer wieder gebrauchen, ist das Smartphone. Es spielt für die Kommunikation mit den Quellen eine immer größere Rolle. Wie sicher ist denn sowas? In Zeiten, wo natürlich alle möglichen Apps aus verschiedenen Ländern kommen und sowas, ist das denn ein sicherer Weg der Kommunikation? Ich glaube, da wir Privates und Dienstliches auf dem Smartphone nicht vermischen, ist die Gefahr viel geringer, dass etwas auffällt. Dass man etwas abhören kann, müssen wir als gegeben hinnehmen. Es ist nur die Frage, ob man auffällt. Gibt es dann schon mal Momente, wo du vielleicht zu privaten Zwecken deine Fähigkeiten, die du durch den BND hast, nutzt? Es gibt selten Fälle, wo ich das nutze. Sagen wir mal so, ich habe ein oder zwei Fremdsprachen, die ich hier beim BND gelernt habe. Und die nutze ich natürlich auch privat. Das lässt sich nicht ganz trennen. Aber nicht irgendwelche anderen Fähigkeiten. Weiß dein eigener Partner, was du machst? Ja, meine Familie weiß schon, was ich mache. Und die stehen auch voll hinter mir. Es ist heutzutage völlig normal, dass die Familien wissen, was wir machen. Aber nicht im Detail. Sie wissen nicht genau, wo ich hinreise. Und mit wem ich mich treffe, wissen sie gar nicht. Da wird schon unterschieden. Aber ich sage immer, ein Anwalt darf zu Hause auch nicht erzählen, was er mit seinem Mandanten besprochen hat. Das ist vielleicht auch nicht so spannend, wie das, was du machst. Was sagst du anderen Personen, die dir vielleicht nicht so nahe stehen, wenn sie fragen, was du beruflich machst? Ich versuche, das eher langweilig zu halten. Dass ich Beamter bin. Dass ich in einer großen Behörde arbeite. Wir haben da ein paar Arbeitgeberlegenden, wie wir das nennen. Die darf ich dir aber leider nicht erzählen. Wie fühlt es sich an, dass man einfach nicht so offen über seine Arbeit und sowas sprechen darf? Immerhin verbringt man da ja relativ viel Zeit mit. Also ich finde das völlig normal. Und wie gesagt, der Arzt, der Anwalt oder der Pfarrer darf es auch nicht im Detail zu Hause erzählen. Man kann schon ein bisschen was erzählen. Eben allgemeine Dinge. Wie ob man sich mit dem Kollegen oder der Kollegin gut verstanden hat. Mit wem man zusammen Mittagessen war. Aber man kann nicht in die Details gehen. Hattest du schon mal aufgrund eines Auftrags Angst um dein Leben? Ich hatte schon Aufträge in Krisenländern, wo ich ganz viele Personenschützer um mich herum hatte und wir durch wirklich gefährliche Gegenden gefahren sind. Hatte ich da Angst um mein Leben? Nein. Weil ich mich gut geschützt gefühlt habe. Weil wir einfach super ausgebildete Personenschützer haben. Wird deine Familie speziell geschützt, weil man das ja als Druckmittel gegen dich nutzen könnte? Nein. Meine Familie wird nicht in besonderem Maße geschützt. Letztlich gehört es ja zu meinem professionellen Auftreten, dass keine Verbindung zwischen meinem privaten Leben, meinem privaten Namen und meinem Arbeitsnamen bestehen. Das muss ja klar getrennt bleiben. Und dann brauche ich auch diesen Schutz für meine Familie nicht. Hast du in deinem Haus irgendwelche Geheimfächer oder Geheimgänge, falls du mal schnell handeln musst oder so was oder schnell entkommen musst, weil die Tarnung vielleicht auffliegt? Also schön wäre es, wenn mein Haus so groß wäre, dass ich einen Geheimgang hätte. Aber ich habe nicht. Ich habe keine geheimen Fächer oder etwas dergleichen in meinem Haus. Würdest du erkennen, wenn du selbst zur Zielperson würdest? Also wir sind ziemlich gut ausgebildet, was das Erkennen von Observationen und so angeht. Das kommt aber auch ein bisschen darauf an, ob man einen Verdacht hat. Wenn man sich beispielsweise gleich mit einer Quelle treffen will, ist man wahrscheinlich sehr viel vorsichtiger, als wenn man gerade im Urlaub ist. Aber grundsätzlich sind wir gut ausgebildet. Und wenn mich jemand anspricht, was ja schon eine aktive Vorgehensweise wäre, mich jemand also nicht nur observiert, sondern auch mit mir spricht, dann würde ich erst mal hellhörig werden, was diese Person so von mir will. Hattest du aufgrund deines Berufs schon mal Einschränkungen im normalen Leben, die du vielleicht mit einem gewöhnlichen Beruf nicht hättest? Grundsätzlich ist es schon so, dass wir in ein paar Staaten mit besonderem Sicherheitsrisiko nicht reisen dürfen. Ich wollte am Anfang meiner Karriere meinen Vater besuchen, aber irgendwo auf dem Balkan im Einsatz, da wäre ich gerne hingereist, durfte ich aber nicht. Das war schon eine größere Einschränkung und ich fand das damals ziemlich doof. Aber heutzutage geht man damit sehr normal um und wir können auch mal beantragen, in bestimmte Staaten zu reisen, wenn die Rahmenbedingungen passen. Jetzt hat der Deutsche Auslandsgeheimdienst keine Exekutivgewalt und kann nichts quasi machen, sondern eigentlich nur immer Nachrichten aufnehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das einschränkend in der alltäglichen Arbeit? Ich empfinde es nicht als einschränkend. Wir haben einen Informationsbeschaffungsauftrag und ich glaube, es gibt in Deutschland aus gutem Grund das sogenannte Trennungsgebot, wodurch wir keine exekutiven Befugnisse haben. Wenn wir Informationen haben, die ein Handeln erzwingen, muss das durch die Polizei erfolgen oder in manchen Einsatzszenarien im Ausland durch die Bundeswehr. Aber diese Trennung ist ganz wichtig. Kann es schon mal vorgekommen sein, dass man mit dir zu tun hatte? Nee, ich hoffe nicht. Sonst hätte ich was falsch gemacht. Wenn du in Kontakt mit Quellen triffst, dann baust du ja, wie du schon selber gesagt hast, die Legende auf. Du gibst dich als jemand aus, der du vielleicht gar nicht bist. Wie ist es, wenn du die Information bekommen hast oder das bekommen hast, was du brauchst? Wie löst man das dann wieder auf? Hinterlässt man nicht die Leute vielleicht in Verwirrung oder Enttäuschung? Grundsätzlich versuchen wir ja nicht nur einmal, Informationen von einer Quelle zu bekommen, sondern wollen ja auch langfristig mit einer Quelle zusammenarbeiten. Deswegen muss man sich vorher immer überlegen, wie weit man die Quelle am Anfang anlügt. Das tut man ja, wenn man unter Legende auftritt. Und besteht vielleicht die Notwendigkeit, später mal aus der Legende herauszutreten und dann zu sagen, Ja, aber wir sind vom BND. Das kann schon zu einem Bruch zwischen der Quelle und einem selbst führen. Gut, dann danke ich ganz herzlich für das Gespräch. Gerne, sehr gerne. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich habe auch noch mit einem Hacker und einem Erfinder vom BND gesprochen. Schaut euch die Videos auch gerne an.